Hallo und herzlich willkommen zu Risen. Das war eigentlich ganz einfach. Wir müssen einfach nochmal auf diesen Schalter hier, äh, diesen Schalter nach vorne betätigen, denn dann, äh, wird sich die nächste Tür, durch die wir jetzt Kirsch gehen können. Und, äh, dahinter der Tür waren wir schon. Da war ja diese Doppelfalle und das ist wieder so ein Fehl. Ja, die lassen sich gar keine Chance zum Gegenangriff. Das ist doch eigentlich mal ruhig, du komisches Vieh. So, ich geh erstmal hier weiter, weil ich glaube, da hinten ist so ein bisschen unser Ziel. Ich geh wieder der Tür zu, ne, und das ist wieder irgendwie so ein Vieh, was komische Geräusche macht. Sohoi. Ja, hey. Ja, fisch. Ja, fisch. Ja, ja. Ja, hey. Ich krieg's nicht mehr hin, Leute, ich krieg die so mehr so einen daiblichen, äh, Echsenkrieger umgehauen, das ist nicht normal, das ist nicht schön, finde ich nicht, mit Illusionszauber kannst du jemanden ablenken, ja, hm, würde das jetzt auch mal bei diesen Fischern funktionieren, ich wäre glücklich, aber das tut sie, ich habe mich schon mal ausprobiert, und das hilft einfach nicht. So, jetzt hast du schon mal eins auf die Fresse gekriegt. So, jetzt machen wir es halt eben so, Handkattenschlag, so, bist du weg, ich mache mal eine Fackel für euch an. Puh, so, was passiert, wenn wir hier dran ziehen? Tak, 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 so, next win, ah, ich glaube, wir müssen drei Witwen tätigen, wie das so aussieht. Für mich ist die Frage, wie kommen wir hier durch? Ah, okay, kein Umweg wahrscheinlich. Über diesen Weg hier, und... Ich müsste irgendwie die Tür aufkriegen, wie es mir scheint. Aber wie ist die Frage? Ich weiß auf jeden Fall schon, wie wir über die... ...über die Brücke kommen. Ist ja doch nicht sooo kompliziert, aber ich hoffe, wie wir hier reinkommen. Ich sehe schon. Ach, muss das sein, Leute. Muss das sein. Jetzt habe ich wieder so einen Vieh verwandelt. Ihr wisst nicht, wie sehr ich die Dinger hasse. Diesen Zauber, weil der halt so verpackt ist. Der ist echt halt verpackt. Oh, so, so. Dann nochmal wieder hier durch. Hallo. Ach du, mein Freund. Ach, die Mittelumhaus-Taste war es, ne? So, haben wir ihn doch mal weggeratzt, den Vieh, äh, den, äh, Priester. Und da sind noch mehr Viecher drin. Ja, äh, die... ...Zubbitten haben wir jetzt betätigt. Das heißt, wir kommen wieder normal zurück. Boah. Da hätten wir nicht denken können, dass es sich immer hier wechselt. Der Titanenbogen bekommen wir jetzt. Okay, dann füllt tatsächlich noch wahrscheinlich den Titanenarmenbrust im nächsten Tempel, glaube ich jetzt. Bin mir nicht sicher, aber das würde passen. Und, äh, auf die freue ich mich natürlich schon, weil dann haben wir endlich mal ne bessere Abendbrust. Mit Dorn-Keule. Yeah, ich bin so froh, dass wir die Dorn-Keule gefunden haben. Yeah. Hallo. Das ist... Oh, yeah. Man kann auch mal übertrieben. Ich meine, ich gebe die viele Fragen. Ich gebe nicht. Ich gebe nicht. Aber... Aber... Wie oft werden wir wohl noch in diesem Spiel sterben bevor? Endlich vorbei. Ich weiß nicht. Ich schätze einfach mal viel zu viel. Puh. Ihr seid gemein. Magier können aller Art von Magie wirkt. ich bin ich nicht gerade eben gespeichert will ich so dämlich Mann nur die Lüge für die Aufnahme machen so langsam zählt an den Kräften mit den ganzen Untoten und ihren Untoten Dasein okay guck ich das mal an dass sie angreifen dürfen Hallo ich darf nicht angreifen oder was? Entschuldigung aber nee das ist so lang so ist das dämlich ich stehe davor und klick und klick und klick Naja naaa Walter greift nicht an da denkt sich immer ach komm hier ich guck mal bisschen auf die Uhr und lass mich bisschen vermöbeln das ist das neue Spielgefühl ich mach mal einen auf Dark Souls hier das deckt sich der Held nämlich er ist ein Fan von Dark Souls und da dachte er ach guck müssen wir mal wie trifft er mich? ganz ehrlich hallo so dankeschön ach du hast doch nicht mal Schaden gekauft so wir sind mal wieder äh ja das ist jetzt so ein Tropfen und einen alten Stein ne aber was soll ich denn das machen ne? so oh Gott sei Dank Gott sei Dank Gott sei Dank das haben wir nochmal hingekriegt ihr seid echt böse Viecher ihr seid nicht nett ne 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 ihr seid alle gar nicht nett noch Echsenmann ich will den sagt nicht nochmal durchsuchen den hab ich schon durchsuchen Freund noch einmal brauchen wir das ganze ja nicht tun ich hoffe es wartet so langsam mit Echsenkriegern hier ach guck mal hier kann man noch graben hier ist was vergraben uuuuuh Echsenkrieger böse 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 Viecher ganz ganz böse aber ich mein wir sind ja auch im Endgame ne weil so bessere Rüstung würde ich mich schon drüber freuen aber ich mein wir kriegen ja bald Osegurs Rüstung dann ziehen wir einfach die an und dann schauen wir mal dann schauen wir mal jawohl wir schauen und reiß deine Truhe aus der Erde raus denn das brauchen wir jetzt so ein Abolett des Kämpfers Klingwaffen oh Stärke das ist natürlich auch sehr nett aber ich bin mit der Stärke die wir gerade haben eigentlich sehr zufrieden mit ich fang mich wo es da oben lang geht bitte kein Schloss danke immerhin ein Lichtzauber das ist ja mal etwas ne also hier vorne können wir den Hebel ziehen dann sind wir glaube ich wieder fast im Kartenraum ne ach ne ach ne da sind wir wieder hier auf dem Gang wo ist so ein da ein Windel kam oh ja und hier können wir glaube ich einen der Ring aber ich auch ne will wo komm ich denn jetzt hier aus wo komm ich denn jetzt hier aus die bauen wir auf jeden Fall schon mal ach hier war die an hier ist der Rohr mit der Winde wo komm ich denn hier ach ich wo komm ich denn jetzt hier aus ach so ja das bringt uns ja nicht so viel ne ich war gerade echt am überlegen wo sind wir denn jetzt hier überhaupt ja wir sind denn in dem Raum wo wir auf die Winde geschossen haben ok 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 alles in Ordnung na gut ich hätte jetzt mal ein bisschen umweg nicht gerade gelaufen wären klar aber was solls ich muss auch schon mal einen Umweg latschen denn hier sind wir nämlich eben rausgekommen ach ja gut warum bin ich jetzt hier in den Raum zurück gelatschen ich weiß es nicht denn eigentlich wollte ich ja hier lang laufen und gleich einfach nur die nächste rechts und dann wieder links und sind wir schon wieder oder oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah so jetzt muss ich mal wieder schauen dass wir den Raum links hier wieder aufkriegen ne ich bin einfach nur zuv da rein zu laufen außerdem seh ich was hier passiert und das ist auch schon mal einiges wert Fackel 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 so dann gehen wir mal zurück zur Zubrücke die wir ja das letzte Mal das letzte Mal die haben wir dieses Mal ja erfolgreich runter äh runterfahren lassen und wir können in Ruhr-Ruhr-Ruhr-Ruhr-Ruhr-Ruhr-Ruhr-Ruhr gehen dann tun wir das doch einfach mal hallo jemand zuhause ich hoffe doch mal nicht muss ich hier dran ziehen oder den nächsten natürlich hier dran nehmen nochmal falls wir nicht dran ziehen drüber springen müssen hallo zusätzlicher Raum hier sieht doch so aus als wäre das hier wirklich nur Zusatz okay oh Ruine und auch keine 2 Y Robine, wow. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt wieder mit dem Robine machen soll, aber immerhin, ne? Haben wir schon mal ein bisschen was geschafft. So, waren wir hier schon mal? Das ist wieder so ein Kiel, das da so rumschreit, ne? Ach, jetzt sind wir hier im Zwischenraum, okay. Ja, muss ja mal gucken, wo man hier rauskommt, vielleicht so nie was passiert. Okay, ich glaube, jetzt kommen wir endlich in die Hauptkammer. Zeichen? Aber wie war denn in einer Tür war ich bis jetzt noch nicht drin? In einer Tür, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt hier durchkommen. Ja, dann müssen wir auch hier durchkommen. Da müssten wir jetzt auch bald hinkommen. Das ist noch so weit. Schaut euch das mal an. Hi, du. Da ist der Brüderle mit vor, ne? So, Brüderle, du kommst jetzt auch dran. Aber dich, äh, boxe ich in die Wand. So, Brüderle, du kommst jetzt auch noch da rein. Schon wieder sowas. Das sind ja drin. sein man ist mir die Katze nun mit einem Pass im Zauberflug verstören ich bitte weil er auch gemerkt Köln Herkunft ich hätte geklappt mehr aber eben nö also dort im Band rein kloppen wird nicht mehr das geht Titan Armbrust und Rüstungsteil Arm und Beinplatten von Osigor das heißt es fehlt nur noch die Brustplatte Na gut, wahrscheinlich nur auf die Zahl 5 zu kommen und wir haben eine neue Armbrust, die Titan Armbrust dieser Stein sieht brichig aus aber eigentlich könnten wir jetzt hier halt alles verlassen frag mich aber, ob es da noch irgendwas besonderes eine besondere Titan Waffe im nächsten Gebiet gibt also im letzten Tempel, uns fehlt ja noch einer da haben wir aber schon gegen ein paar Edelkiger gekämpft ich weiß nicht wie lange er noch ist, ich wusste jetzt geht es hier raus ich gehe auch nur deswegen noch normal hier raus in der Hoffnung, dass Fetty noch was für uns hat ach, jetzt sind wir hier jetzt sind wir wieder hier lala in meinem Revier war nie wirklich weg bin hier nur runtergefallen so, kurz speichern und Bonanza warum sprungst du nicht? ist jetzt wirklich nicht gesprungen das ist die Frage aller Fragen so, endlich hier raus ich will hier raus ich will nicht mehr lass mich hier raus lass mich gehen ich will nicht mehr ach guck mal, da liegt immer noch die Fackel von irgendwann andersmal hier drin sehr lustig die, äh, verschwinden also gar nicht so, ich hau ab war schön mit euch hier im Tempel, aber, nö, ich mag nicht mehr das heißt, ich kann gleich in Ruhe zurück zur, äh, Hafenstadt, Hafenstadt, sage ich schon zu der Vulkanfestung und von der Vulkanfestung aus gehen wir einfach runter zum nächsten und ich werde nicht alle Teleportsteine sammeln denn ich glaube, uns fehlen noch einige und die da werdet ihr nicht da rankommen also die werde ich auch nicht sammeln gehen ich weiß nicht warum wüsste ich, warum ich das tun sollte also lass es auch einfach sein nicht wahr wieso ist das? ich würde auch schauen, dass ich alle Quests beenden kann was fehlt denn eigentlich nur an Quests? ja eigentlich nur, äh, Teleportsteine und berichtet im drüben aber irgendwas haben wir vergessen zu sehen wahrscheinlich da ist Pettin wieder hallo und es ist wieder bei der Nacht verdankt da bist du ja endlich warum hat das denn so lange gedauert? naja, jetzt bist du ja da und? warst du erfolgreich? ja ich hab gefunden, was ich hier an der Westküste gesucht habe wirklich? was ist das denn? ein Teil des Rüstzeugs eines mächtigen Kriegers aus längst vergangenen Tagen aha und was ist an dem alten Kram so wichtig? es wird mir hoffentlich gegen das Übel helfen das aus dem Vulkan auszubrechen versucht aber es ist ja nur ein Teil einer Rüstung wie willst du das Ding wieder ganz bekommen? ich werde zu Eldrick, dem Druiden gehen er hat mir schon mal geholfen etwas zu reparieren so, so, Eldrick naja, du scheinst ja zu wissen was du tust in Ordnung in Ordnung ich geh dann mal die Welt retten das kannst du am besten und wenn du damit fertig bist hauen wir hier ab, ja? du meinst, ich soll dir helfen den restlichen Kram deines Vaters zu finden vielleicht es würde sich für dich lohnen ja da bin ich mir sicher ich muss erstmal das Debakel da unten im Vulkantempel überleben dann können wir weiterreden ja das will ich auch hoffen denn sonst naja ja ach nichts komm einfach wieder ok? ich muss jetzt gehen du weißt ja wo du mich findest wenn du viel Glück mein Held oh 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 ein Anflug von mir wer weiß da schon tja, aber erstmal müssen wir natürlich die Welt retten ich geh trotzdem noch mal hier runter vielleicht finden wir hier doch noch einen Teleportschirm für die Westküste aber eigentlich brauchen wir hier nicht mehr lang unser Ziel ist dann irgendwann doch die ich glaube ich nicht woher die ganzen Dinger sein sollen wenn wir mal kurz aufs Questlog schauen Regionalkarte, Questkarte Teleportsteine haben wir hier schon jede Menge gefunden aber hier haben wir noch gar nichts und ich frag mich ob es dann hier nicht noch irgendeine Steine geben soll aber sie gibt auch nicht so häufig hin und deswegen ist es schon ok bei der Ausküste da geht man halt schon relativ häufig hin allein schon weil Eldred da ist aber ansonsten das ist eigentlich auch nicht so wichtig hier ist eigentlich nichts mehr ne hier ist eigentlich nur noch tote Hose bis im Strand kann man nochmal gucken gehen aber ansonsten hallo hier auch nichts mehr ne na gut dann gehen wir mal zurück zur Vokalfestung glaube ich ich halte das für am sinnvollsten Moment dass wir einfach mal zur Vokalfestung gehen und von dort aus ach so wir sind ja schon vor der Tür von dort aus dann gemütlich runter zum letzten Teil zum letzten Tempel und dann werden wir den noch äh und dann sind wir auch schon fast am Ende des Spiels liebe Freunde das ist ja jetzt ein bisschen ja es geht nicht mehr so lange und ich bin gespannt ob wir überhaupt noch Folge 90 erreichen ich bezweifle es im Ehrlichsten sogar noch ein bisschen aber das ist ja auch nicht so schlimm ich meine ich bin ja nicht darauf angelegt gewesen auf 100 Folgen oder sowas zu bringen aber ja das ist doch die sind schon mehr als ich gedacht habe dass sie werden weil ich dachte jetzt als wir die Tempel erreicht haben hm eine Folge pro Tempel vielleicht dann sind wir fertig aber war dann doch ein bisschen länger aber liebe Freunde von hier aus begeben wir uns einfach in der nächsten Folge zum nächsten Tempel ich hoffe ihr seid wieder dabei und bis dahin euer Mascha Ciao Ciao